Hallo, herzlich willkommen in unserer schon fünfte Reise. Heute sind wir in Storhova und genau auf Yasmagura auf Deutsch-Hellerberg. Komm mit mir und dann werde ich euch zeigen, einen der wichtigsten katholischen Orte für alle Folgen. Yasmagura, also Hellerberg, ist ein der wichtigsten Wallfahrtsort und auch Marienheiligtum, nicht nur für Polen, aber auch für Mittel- und Osteuropa. Dieser Berg wird von 600 Jahren von Orden Paulina betreut und jährlich kommen hier etwa 4 Millionen Pilger, um das Wildschwarze Madonna zu sehen. Das ist nicht nur Yasmagura, also Hellerberg. Es gibt hier auch viele andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel das Museum der Bahngeschichte. Das Museum befindet sich in Bahnhofgebäude in Storhova Stato. Hallo. Ich habe es wirklich vergessen. Und hier sind wir hier in Rändkowice. Ja? Ok. Also, ja, bis bald. Tschüss. Na ja, 10 Minuten das. Sind wir hier in Rändkowice. Also hier sind wir hier in Rändkowice. Also, warum sind wir denn hier in Sankovice? Es gibt hier etwas Interessantes, nämlich Kletterrautern und Kletterschulen, die die Leute hier zum Beispiel wunderbar die Fahrzeit verbringen, am Wochenende oder einfach ganz über. Na ja, hier sieht Schlesien total anders aus. Es ist so ruhig hier, nicht wahr? Deshalb gehe ich noch ein bisschen spazieren und ja, bis bald, tschüss!